Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Let's Play, äh, ne ist nicht, ja doch natürlich, Minecraft Let's Play Adventure Map, Magic Jumps, äh, wir sind hier stehen geblieben, und jetzt geht's weiter. Naja, ja danke, dass du gesagt hast, dass ich auch dabei bin. Ja, dich, dich, Aua, Junge, Junge, willst du mich verarschen? Junge, das ist doch richtiger, das tut mir aber leid. Es könnte sein, dass... Ja, wenn ihr dieses Video seht, dann guckt alle unser... Oh ja, guckt unser obergeiles C4 Buggy Video, das war der aller epischste Moment, den wir je bei Battlefield erlebt, ja okay, einer der epischsten Momente, den wir je bei Battlefield erlebt haben. Es war so geil! Und falls gleich irgendeiner bei TS joint, ähm, dann müssen wir die Aufnahme kurz zerbrechen, weil wir hatten gerade einen winzigen Konflikt mit, mit einem Typen, der uns besuchen will und uns abstechen will, aber ist alles nur noch so. Aber wenn er gleich joint, dann müssen wir kurz die Aufnahme stoppen, weil dann will der, will der wieder rumplöbeln. Obwohl wir können eigentlich auch reinnehmen, dann lachen sich noch mit Leuten wie bei ihm. Ja, ey, das ist so eine Pfeife, ey. Junge, es ist unglaublich und du hast immer noch Schwierigkeit auf eins zu hell, na egal. Vor allem ist das so ein richtig geiler Typ. Also, er hat erst so komische Hip-Hop-Musik angemacht. Ich persönlich hab eigentlich nichts gegen Hip-Hop, so manche Sachen hab ich selber, aber dann so richtig komischen, asozialen Hip-Hop. Ist ein cooler Typ, cooler Typ. Und dann wollte er es nicht ausmachen, dann haben wir was darüber gesagt. Und dann, man hat ja gesehen, dass er ein Mikrofon hat, weil er es ja übers Mikrofon laufen lassen hat. Und dann, wir sagen so, ja dann, dann sag doch mal was, ne. Halt, weil er uns dann dumm angemacht hat, weil wir ihm kicken, äh, also kicken wollten und das mögliche. Er hat gesagt, ich hab kein Mikrofon, ich kann das nicht sagen. Ja, aber du hast doch eben darüber Musik abgespielt und dann fing er damit an, hier gibt doch eure Adressen mit Telefonnummern. Dann haben wir ihm unsere Adressen und Telefonnummern gegeben und dann, ja, ich ruf euch jetzt an. Dann hat er das hier mal geschrieben, ja, dann ruf jetzt an, du kleiner Knecht. Und dann hat er, ja, dann hat er ja nicht angerufen die ganze Zeit. Und dann, dann haben wir gefragt, wo er wohnt. Er wohnt in St. Pauli. Und er will jetzt am Wochenende bei Timo und in der Woche bei mir vorbeikommen. Oh ja, wir wollen uns erstmal auch nicht klatschen mit deinen Freunden. Haben richtig Angst. Mich will er übrigens auch noch abstechen. Ja, Timo hat übrigens einen ungefähr zwei Meter großen Kampfhund. Also ich weiß nicht, ob das die beste Idee wäre, bei ihm einzubrechen. Der kräft dich auch an, auch wenn du nichts machst. Oh nein! Ja, aber so, wenn er gleich joint hat, muss ich glaube ich von Leuten nach Anteil kriegen. Die sich nicht mal trauen, dann bei TeamSpeak mit Mikrofon zu reden, da, da, da hab ich echt schon Angst vor. Junge, Alter, den ersten Sprung, das schaffe ich immer und beim zweiten da krüppel ich. Nein, jetzt ist er nicht gesprintet. Hey Timo, warst du nicht schon? Ach ja, du warst ja schon fast durch und dann... Ja, da oben gibt's keinen Checkpoint. Was? Ich war doch dran, ey. Ach doch, die Henne, ey. Ja, wenn du da oben beim Wasser stirbst, ey, ich kack mich ein vor Lachen, ey. Junge, das ist nicht einfach. Ja, aber, aber jetzt sagst du die ganze Zeit, ach ja, ja, für dich ist es, für dich... LOLL! Was ist hier los? Junge, wenn... Da ist er. Sorry. Ja, jetzt sind wir quit. Hä, das war... Ne, eigentlich nicht, aber naja. Ja, du hast mich getötet und... Ja, komm, wenn ich da runterfalle. Ja. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Alter, das passt schon wieder, ey. Oh ne, Junge. Aua. Janik! Janik! Ja, fuck! Ahaha! Du least da wirklich wieder latschen, ey. Weil der auch so weit ist. Ja? Denk ich so an. Übrigens werden bei der nächsten Adventure-Map Dennis und Otzen dabei sein, weil die ein bisschen rumgeflamed haben. Äh, habt ihr sich gefragt? Und, naja, keine Ahnung. Ja, ich bin wieder beim Fahr. Ich hab Angst, ich hab wirklich... Oh! Ernie, Ernie, Ernie. Warte, warte, warte. Okay, Leute, ihr habt gesehen, wo ich bin. Oh, Alter, das ist so behindert, ey. Let's filmen, ey. Nein! Warte, doch, doch. Ernie. Siehst du, das ist... Warte, das will ich jetzt mal sehen, das geht nämlich gar nicht. Ja, zeig ich dir, warte kurz, mach ich. Wetten, da ist irgendein Bug, weil immer direkt an der Kante hier... Mach ich, mach ich. So, geht's. Ja, das will ich sehen. Direkt an der Kante, da stirbt man immer. Alter, wie hast du das gemacht? Immer wenn ich da an der Kante ankomme, dann falle ich immer durchs Wasser durch, ey. Junge, willst du mich vollkommen verarschen? Sorry. Dann stehe ich wieder hoch. Dann scheiß Game Mode aus. Ja, will ich ja. Ich muss erst mal hier wieder landen. Ja, das ist nicht machbar. Ich weiß auch nicht. Ja, es lag nur daran, weil du Game Mode anhattest. Ja, hatte ich gar nicht, du Held. Ich habe den danach angemacht. Ich habe ihn extra dafür ausgemacht. Ja, genau, Janik. Ey, ich habe auch Video. Genau. Ja, ich habe auch Video, wie du die ganze Zeit am Campen bist bei Battlefield 3. Ach so, gar nicht. Ja, ich camp überhaupt nicht. Ich kenne ihn nie. Nein, Leute, falls ihr das falsch verstanden habt, ich habe das nur ironisch gemeint mit Janik, dass er ein Camper ist, ne? Dafür habe ich... Nee, ich sage das nur, weil er mich das einmal erschossen hat bei Rush. Da stand er an der Bombe und ich habe ihn einfach nicht gesehen und dann hat er mich erschossen. Seitdem bericht der... Junge, die... Oh, Leute! Jetzt hat es mich runtergeleckt. Seitdem, seitdem, seitdem verhofft, dass ich immer das Janik ein Camper ist. Ein dreckiger Camper. Das ist aber nicht stimmt. Natürlich. Junge, das ist wieder los. Dann fällt mir wieder ganz oben. Timo ist übrigens ein Usars-Noob. Oh ja. Ihr müsst mal gucken, wie viele Kids er damit hat. Ach ne, ist ja noch... Nein! Ist schon wieder da runtergefallen. Aber diesmal war es anders. Also, da wollte ich einen normalen Schwung machen, habe aus Verzehn Doppelsprung gemacht und bin in dieses Loch gefallen, wo kein Wasser ist. Ja, da bin ich echt nicht stolz drauf, auf meine Vergangenheit bei Battlefield 3. Nein, ist ja nicht. Früher, als ich mich noch nicht so auskannte mit Battlefield 3, wusste ich, dass die Usars eine mega überpowerte Waffe ist. Wenn ich damit immer gespielt habe, weil ich Shotgun-Medal haben wollte, dann hat sie mir gefallen und habe ich weitergespielt. Bis zu ungefähr 1200 Kills. Aber mittlerweile hat sie seit ungefähr... Ja, seit ich mich halbwegs auskenne mit Battlefield und weiß, dass sie so scheißüberpowert ist und sie hasse, spiele ich damit nicht mehr. Alter, ey, das nervt so hier. Aber auf diese Gerüchte mal, die und die Waffe ist überpowert bei Battlefield, da kannst du eh drauf scheißen. Ich meine, die meisten sagen das einfach nur, weil sie kacke sind. Aber wirklich, die Usars mit Splitter-Munition, das war... Junge, ey, du hältst... Aber die sagen auch, die M16-A3 ist überpowert und alles mögliche. Und ich meine, die sollen sich einfach kein ablabern, Alter, nur weil sie schlecht sind und immer davon sterben. Ja, ich kann genauso gut, was weiß ich, nehmen eine P90 und snackt die alle in ihr Arschloch ein. Und dann sagen irgendwann auch, die ist überpowert. Alles kleine Bobbys, junger, alles kleine Bobbys. Auf Wunsch kann ich das auch gerne machen. Mann, ey, das ist doch scheiße, Junge. Dann kann ich das auch gerne nochmal auf Video machen. Was denn, dass ich einfach... Ihr sagt irgendeine Waffe und ich spiele dann damit. Aber ich spiele nicht nur ich ohne das ganze gegnerische Team damit. Das sag ich euch. Ach, fuck, Mann. Dann sag ich MK3A1. Ja, Junge, Alter, wenn du damit die Frag-Rounds nimmst, ne? Dann geht das Ding ab wie sonst was. Ich schwör's dir, ne? Wenn ich die nehme, ich fick dich damit weg. Dann geht das Ding ab wie eine Usas. Nehmen wir Usas, ey. Was geht so schneller da oben? Oh, 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 oh. Zwei mehr hintereinander da hinten. Wenn wir mal Abonnenten hätten, die auch Kommentare schreiben würden, dann... Aua. Mann, ey, oh, Junge. Lön könnte hier irgendeine Waffe reinschreiben, aber das haben wir leider noch nicht. Echt, mal schreibt mal ein paar mehr Kommentare. Viel geiler. Wir hatten es jetzt nur ein einziges, wo wir angebrüllt wurden, weil Dennis nicht in der Jump-Map. Und einer hat geschrieben, ihr seid scheiße, macht nur ein paar mehr Adventure-Maps. Aber dann hat unser guter Abonnenten... Ihr seht schon, wir sind schon mit Fame. Wer war's denn? Ja, Mr. Matty-Wurst. Ja, der hat unseren... Mit unseren 15.000 Abonnenten. Ja, wir haben jetzt übrigens die 1.000 Video-Aufrufe geknackt, was ich ziemlich cool finde. Also, zu diesem Video, ich weiß ja nicht, wann ich das so lädt. Ja, ich werde das morgen... Ach, scheiße, Mann! Hey, das wird... Schwimmen wir schon länger als 15 Minuten? Ich habe nur noch ein halbes Herz. Es geht um Leben und Tod, Janik. Ich bin dran. Hallo! Ernie? Ich bin dran! Ich bin dran! Aua! Hast du auf dein Tisch gehauen? Was mein? Ich fiele mit meiner Minecraft-Figur mit. Ich weiß, dass du mich gleich runterschlagen wirst, aber... Oh ja. Ich fahre dich ins Gesicht rein, wenn du ganz oben bist. Und von da geht's nicht einfacher, weil du das gedacht hast. Nee, nur hier gibt's... Ich wusste nicht, dass es zwei Dinger gibt. Das habe ich eben erst gesehen. Ich glaube, war da knapp! Okay, dann geht's noch wieder hier. Knapp, yes! Junge, der Schwung wird nach einer Zeit so richtig einfach. Junge, den krieg ich nie geschissen. Wie machst du den? Ich krieg den ja auch nie geschissen, Alter! Das ist so ein richtiger Fick-Sprung, ey. Junge, häng ich an dieser Fick... Ach, scheiße, Mann! Wo bist du jetzt krepiert? Leute, ich häng da immer dran und dann... Ich bin noch gar nicht krepiert, aber ich schaff den Sprung zu machen. Entschuldigung. Ja! Okay, okay, Leute. Oh, was mach ich denn? Was häng ich denn? Ah! Oh! Kacke, ey! Äh, ey! Äh, ey! Ich sag... Ja, wenigstens habe ich's schon mal zum Wasser geschafft, ohne Game-Mode anzumachen. Da hast du recht. Übrigens werden wir bald Borderlands Let's Playen. Borderlands! Das könnte auch ziemlich nice werden, den ersten Teil, weil Timo sagt, der erste ist besser. Ja, ich sag nicht. Oder er hat nur den ersten. Ja, und ich hab keinen Bock, mir den zweiten zu kaufen. Ich kauf mir dann den zweiten, weil ich den noch nicht hab. Weil ich ja soziale... Aber auf PC, nicht auf PS3. Ja, obwohl der zweite soll gar nicht so gut sein. Was? Weil Timo sich das ja nicht auf PS3 kaufen will, sondern ich muss es mir auf PC kaufen. Oh ja. So wie das obergeile PS3-Modul, womit man über PS3 mit Headset reden kann. Ja, ne, ja, ne, kauf dir das. Voll geil. Kauf ich mir, ja. Braucht man nicht, weil es gar nicht funktioniert mit dem Aufnahmegerät. Super Sache, Timo, Mumart. Super Sache. Sag ich da nur. War wieder 6 Euro für den Arsch. Oh, oh, okay. Ich bin im Wasser, ich bin im Wasser. Ey, ey, oh Gott. Okay, ich hab Angst, Leute. Ich hab Angst. Ich, 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 ich schieb mich da auch gleich hin ohne Witz, ey, langsam. Hab ich diese Fick-Scheiß-Leitern echt satt? Ich bin weiter. Da kommt noch ordentlich was, ist dir klar, ne? Dürr.